Ha! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der hawaiianischen Halbinsel der guten Laune. Hallo, hallo, hallo. Oh Gott. Haben wir jetzt bewusst irgendwelche Hunde getötet? Ja, wir sind die einzigen Leute, die auch zu zweit einen Akkord singen können. Ich kann ihn so ergreifen, glaube ich. Ja, ich erinnere mich bildhaft an die Verdrahtung in einem Gehirn. Heute habe ich ein Video aus jener Zeit gesehen. Aus jener Zeit? Es liegt bei mir auf der Dropbox, weil ich das irgendwo mal gespeichert habe. Ich dachte, ich will es aber immer haben. Das Video, das wir mit König gedreht haben bei Ikea, wo wir uns die Köpfe auf die Tischplatten schlagen. Ach so, da haben wir gerade gelernt, wie man sich verletzt optisch. Also wie es lustig aussieht, wenn man sich... Ja, okay. Und war es gut? Super. Gute Zeit frisuren und bar technisch für uns. Bringt das mehr als satte sieben Klicks beispielsweise? Ja, mit dem richtigen Thumbnail, sag ich mal. Es kommt halt auf Thumbnails an. Und der Titel? Krasser Ikea-Prank gone wrong. Das ist ein bisschen weird, weil... OMG. Weil deine Stimme jetzt bei mir gerade so hin und her wechselt zwischen rechts und links. Aber vielleicht sprichst du auch gerade so. Ja, ich versuche mich hier stark zwischen rechts und links hin und her zu bewegen. Wir hatten mal so ein bisschen Stereo-Raum für euch geschlafen. Stereo. Autostereo-Radio. Und damit willkommen zu Für Nüsse. Ich glaube, wir haben den Titel noch gar nicht gesagt. Ach, habe ich das gar nicht gesagt? Ich glaube nicht. Wir haben nur Hawaii gesagt. Ah, stimmt. Auf der herwanischen Halbinsel der guten Laune, habe ich gesagt. Ja, ja. Du hast ja auch Direktverbindung Frankfurt-Hawaii genommen. Ja. Damit sind wir hier in einer neuen Folge, in einer neuen Woche. Ein bisschen spät dran. Das ist Klaus ein Fehler. Kriegen wir das hin, dass wir die heute auch noch hochladen? Ja, ja, ja. Ach, sehr gut. Ja, ich schmeiße die gleich rein und dann mache ich das Thumbnail. Ja, da muss Timo heute länger im Büro sitzen. Easy. Ich habe mir erst auch mal aufgefallen, dass es hochgeladen ist bei den Podcast-Apps. Das ist unabhängig von dem Thumbnail. Da bin ich halt nur noch nie darauf gekommen. Ah. Also ich meine, ich kann es halt hochladen und das Thumbnail dann später hinzufügen. Vollkommen egal. Ja. Das ist wahrscheinlich echt nur wichtig für mich da für die YouTube-Käserei. Ja, das ist ein spannender Blick hinter die Kulissen für euch. Und sonst, wie ist es jetzt gefühlt in der anderen Hälfte des einsturzgefährdeten Altbauten? Ja, 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 einstürzende Altbauten ist auch meine Lieblings-Punk-Rock-Band. Ich wollte gerade sagen, gab es ja nicht mehr sowas? Ein Jahr, die Neubauten, ja. Ja, ja, meine erstes Mal, also man muss auch sagen, so ein Haus hält ja nicht für die Ewigkeit. Ich habe neulich erst einen Artikel über die Elsenbrücke geschrieben. Willst du dich überhaupt erst mal erzählen, was du hier gehörst, bezüglich unserer Waschkartons, in denen wir uns... Ach, jetzt habe ich schon wieder unsere Adresse gesagt. Wir lassen es mal drin. In dem Dirksheimhaus, der wohnt derzeit im vierten Stock, aber mit jeder Woche bald im dreieinhalbten... Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es 3,8 gerade, glaube ich. Sollte im Erdgeschoss einen Kindergarten einziehen. Die wollten dann aber nicht, weil der Boden stark einsturzgefährdet ist. Also du hast gesagt, dass der Vermieter das angeben musste oder haben die nur nach dem Sachverständigen? Nein. Du bist halt, ich glaube, du bist halt einfach rechtlich dazu verpflichtet, Mängel anzugeben. Vielleicht waren sich auch alle verwundert, dass sie bei der Besichtigung alle an der Wand standen und gar nicht zum Fenster hinkonten. Ja, also ich zeige mal ganz kurz das Bad. Ich halte mich hier dicht an der Wand, weil ich den Boden nicht schmutzig machen will. Nee, du hast ja auch im Übergabeprotokoll hast du ja immer diese Mängelrubrik. Du bist ja erst vor zwei Jahren hergezogen. Also du gibst ja dann Mängel an, hältst es fest. Das war randvoll, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann auch, wenn du halt sagst, naja gut, ist jetzt an sich schön gemacht, aber kleiner Mängel, kein Boden. Nicht waagerecht. Ja, halt so Kinkerlitzchen, da kannst du drüber hinwegsehen mit der derzeitigen Wohnensituation in Berlin. Ja, aber unsere Gebäude hängen halt zusammen, sind im Karree gebaut. Hängen ist ja gar nicht schlecht. Ja, aber das Gerüst steht ja hier aktuell noch vor meinem Fenster, das stützt ja auch so ein bisschen. Und ich glaube, meine Seite hängt ja noch irgendwie ein bisschen an den Neubauten, die da direkt dran beginnen. Und vielleicht bringt das noch eine gewisse Statik, dass sie vielleicht in diese Seite rutschen würden, aber zum Glück haben wir da seit ein paar Jahren neue Häuser, die sich dagegen lehnen können. Wie Bridge Builder, falls du dich noch an dieses Spiel erinnern kannst, das gibt es auch jetzt in ganz vielen Variationen als App, wo du halt so Brücken gebaut hast, das war eine kleine Physik-Simulation. Die haben manchmal so wabbelten, du hast verschiedene Elemente gehabt, fängst mit Holz an, glaube ich. Ja, das muss nur so lange halten, dass ein Auto drüber kommt. Und danach, wenn die Brücke hinter dem Auto einstürzt, völlig in Ordnung, genauso ist es hier. In dem Neubau, der, wie du eben erwähnt hast, das so ein bisschen stützt, müssen die Leute halt die schweren Schränke an die Wand stellen, dass die ein bisschen stabiler wird. Ich habe gedacht, dass dann diese Moormasse, die da unter dem Haus sich befindet, das braucht halt so lange, bis es gleichmäßig überall ist, weil das Haus keine andere Möglichkeit hat, als gerade abzusenken. Und normalerweise rutscht es ja einseitig runter. Und hier ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil halt das gestützt wird. Und wenn die Stütze wegfallen würde, ja. Ist auch so ein bisschen wie auf einem Hausboot gerade. Bisschen, ne? Also, ja. Ja, lustigerweise, früher hast du, wenn du rausgeschaut hast, auf eine Wand geguckt, beziehungsweise auf deinen Nachbarn. Und irgendwann ist es langsam so, dass du direkt in den Himmel guckst. Das geht so langsam hinten, dass du morgens denkst, ich hatte auch nie Sonnenschein im Gesicht, wenn ich aufhörst. Eigentlich ein schöner Anblick, wenn mir nicht die Schränke entgegen kämen. Blöderweise ist dein Schlafzimmer in der falsche Richtung. Das heißt, du siehst dann, wenn du daraus schaust, den Boden. Ja, ich kann es ja wieder umstellen, im Zweiten. Cool, du bist ja auch noch nicht so lange hier, dass ich das wissen könnte. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bricht das ja auch wie so ein Kartenhaus in sich zusammen, sodass meine Decken aneinander liegen. Kann ich einfach einen Deckendurchbruch machen? Habe ich auch viel mehr Raum gefühlt? Ja, da hat man schnell mal, weiß nicht, kannst du so eine Räuberleiter ranhängen und dann hast du eine Maisonette irgendwo, offiziell. Das war eine sehr schöne Formulierung. Ja, oder halt so ein bisschen wie bei Inception, wenn der Flur sich so dreht. Das hat auch was Schönes. Ja, wurde das nicht irgendwann mal von so einer blöden Versicherung, irgendwie so eine Werbung hat das gekauft, dieses Ding. Und hat es super krass zerstört, dieser Effekt. Der damals ja der Knaller war. Und dann war es, glaube ich, irgendwie so ein Typ geht durch Mailand und trinkt einen Kaffee und hinten klappt sich komplett Mailand weg oder so. Und dann hätten sie einen richtigen Kaffee getrunken, wäre es nicht passiert. Ich weiß nicht. Okay, ja. Klassische Versicherungswerbung auch. Lassen sie sich gegen schlechten Kaffee versichern. Uh, da wärst du aber dabei. Oh, ja. Das ist Filterkaffee, das ist kein Kaffee. Ich danke, ich wollte die jetzt die Romme haben oder was. Nee, ich verklag sie jetzt. Hast du Filter- oder Feta-Kaffee gesagt? Uh, das wäre auch nicht schlecht. Schmeckt ein bisschen noch scharf, aber ansonsten? Streng. Ja, ich baue mal gerade eine Brücke. Es gibt auch dieser Kaffee, der durch den, die Bohnen, die durch den Katzenmagen und Darmtrakt hüpfen. Wie heißt der nochmal? Ich trinke den nicht so regelmäßig, aber. Immer schön mit Zucker, weil ich mag diesen. Ja, natürlich ist der teuer. Versuch mal, die Katzen dazu zu bringen, in den Siebträger zu kacken. Ja, soll ich, hast du noch was zu erzählen oder soll ich schon direkt? Ich beginne. Schon direkt. Beginnen direkt. Weil wir gerade so schön beim Thema sind, da habe ich mal eine abstrakte Frage, weil sie eigentlich nur den Oberbegriff so an kratzt. Kaffee oder Katzenkot, was war das Thema? Ja, wir sind schon dicht dran. Ah ja. Ja, ich, meine Frage ist wie folgt und zwar, das klingt so ein bisschen, als ob ich mir die gerade ausdenke. Kann man sagen? Mein Referatsthema ist wie folgt. Schweiß an Stirn, Schläfenbereich und die Folgen auch für den menschlichen Körper. Fragen? Danke. Ich habe irgendwann mal ein Geschichtsreferat in der siebten gehalten. Da habe ich, glaube ich, 20 Minuten so nervös, wie du gerade geredet hast, irgendwas abgelesen. Und ich weiß gar nicht, wer der Geschichtslehrer damals war. Auf jeden Fall ein Mann und der hat dann irgendwann unterbrochen. Echt ganz nett und ruhig. Aaron, ganz kurz, kann das sein, dass du gar nichts verstehst, was du gerade vorliest? Nur mal so angeboten. Hä? Ich würde das jetzt gern zu Ende bringen. Also ich habe dann halt auch irgendwie... Die Völkerwanderung oder die Wanderung der Völker, wie man auch sagt. Bedeutet viel Fußmarsch, wenig Schlaf, sofern man schläft, also nicht schläft. Und war damals oder jetzt, falls die Völkerwanderung immer noch aktuell ist, eine große Strapaze, danke. Fragen? Nein? Oh, ich habe Fahrraddienst. Ich hatte immer Fahrradkellerdienst. Zehn Minuten später kommen, zehn Minuten früher gehen. Dann hatte ich noch Klassenbuchdienst, Atlantendienst oder generell hieß es das, glaube ich, Kartendienst. Also ich habe alle möglichen Dienste mit Torben mir damals geholt, um so wenig Unterricht wie möglich zu haben. Und wenn wir dann halt mal Freitag oder unter der Woche gesagt haben, unserem Geschichtslehrer, Herrn Manske, da konnte man das ganz gut machen. Nee, nee, Geschichte, Musik, Musik und Deutsch. Aber wir hatten eben meist Musik, wir hatten ein ganz nervöses Hemd. Und wenn ihr dann irgendwie hingegangen müsst, Herr Manske, wir haben gerade Mathe geschrieben. Oh, ich bin total fertig. Oh, geht's dir nicht gut? Nee, nee. Ja, nee, komm, ey, dann geh mal nach Hause. Und dann habe ich dann draußen gewartet. Torben hat dann drei Minuten später die gleiche Ansage gemacht. Oh, da muss ja eine richtig schwierige Arbeit. Ja. Und dann sind wir halt dann raus und dann waren wir bei mir und haben dann North and South auf meiner Amiga gespielt. Und dann waren wir natürlich eingetragen als fehlend. Und da wir halt Klassenbuchdienst hatten, haben wir dann auch irgendwie nach einem Monat angefangen, mit dem roten Kugelschreiber die kleinen Es einfach dran zu hängen. Die waren dann immer die Zeichen für entschuldigt. Ja, das war ganz gut. Manchmal halt auch ganze Tage weg. Und dann halt irgendwann sagst du eh und dann, wenn du halt so einen Klassenlehrer hast, der dann irgendwann mal zurückblättert hat, ja, hatten wir noch irgendwelche Fee? Nee, habt ihr alle, habt ihr alle? Ja, ja, nee, dann ist ja gut. Ist ja gut. Aber zurück zu meiner Frage. Ja. Wären Katzen die besseren Physiotherapeuten? Meinst du wegen des Milchtreten fällt mir da sofort ein? Genau. Und bezüglich des Milchtretens habe ich halt irgendwie tausend lustige Instagram-Videos gesehen, die dann, ich weiß nicht, ob das halt immer noch Milchtritt ist, also die dann so eine Art Chem-Bewegung machen mit rausgefahrenen Krallen, durchs Fell. Dann sah aus wie Druckpunktmassage, dass die halt Milchtritte machen und dann war es wahrscheinlich eine Ablenkung, dass dann wirklich die Pfote aussah wie, hier ist hier gerade eine Verspannung, eine Pfote auf die andere und Druck aufgelegt und irgendwo anders hingeschaut und denkst, das sieht jetzt aber ganz stark nach Physiotherapie aus und das instinktiv. So, und da habe ich gedacht, und dann natürlich, weil ich gerade diese geile Schulterscheiße immer noch habe, wo ich nachher dann so, ich hoffe, dass ich echt Physiotherapie verschrieben kriege, ich will das nicht. Tabletten-Spritz-Klebescheiße. Ich habe mir übrigens die Klebestreifen nach drei Tagen abgerissen. Weil die haben sich irgendwie eingerollt beim Schlafen. Ja, die sind super, die können sich ein bisschen Duschen nehmen beim Joggen, beim Schwimmen. Ja, scheiße, nach zwei Tagen haben wir schon angefangen, die zu kürzen mit der Schere, weil sie gesagt haben, ja, falls diese abribbeln, dann lieber abschneiden, weil sonst ribbeln zu schnell ab. Ja, und dann wachst du dann morgens auf und hast dann, als wenn du halt... So ein Tesa-Poster-Strip hinten auf dem Rücken. Ja, so ein bisschen mehr, kennst du auch diese Sprüh, diese Sprüh-Gerlande, diese richtig chemische Scheiße? Ah, hey, 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 hey. Und du wachst dann halt auf und denkst, was ist der am Rücken und guckst in den Spiegel, und du hast, als wenn du so zwei große Sprüh-Gerlanden-Klumpen am Rücken hängen hast. Und das sind dann halt irgendwie zusammengedrillte Dinger, die dann sämtliche Fussel und alles gesammelt haben. Und denkst, das kann doch nicht, Wahnsinn, dass sie das jetzt irgendwie weiter so tragen sollen. Und dann machst du immer... Geht auch erschreckend leicht ab. Und diese Haltung, die du am Anfang so hast, dass du so leicht diese Steuerung hast, ah, links, da ist das Gummiband, rechts, da ist das Band, sowas. Das habe ich dann das Gefühl, so nach zwei Tagen hat der Körper gesagt, ja, ja, aber ich kann ja drüber gehen. Und war so sehr enttäuscht. Und die Muskelentspanner, ich sollte auch noch etwas schlucken und habe gesagt, ich nehme das eigentlich nicht. Dann habe ich das genommen und da stand ja drauf, dass man sonst was sich benommen fühlt und hast dich gesehen. Da ist gar nichts passiert, nur nicht mal eine Entspannung. Also nur nicht mal das Gefühl hat, da habe ich die nach zwei Tagen abgesetzt. Dr. Dirk ist wieder unterwegs. Hat gemeinsam mit Dr. Mario gelernt. Sie meinte, Physiotherapie kann man erst machen, wenn sich der Bereich ein bisschen entspannt hat. Da habe ich gedacht, das ist doch Käse. Siehst du, du machst auch schon wieder deine... Ja, ich bin gerade noch ein bisschen von der Kamera in der Kälte ein bisschen verspannt. Kamera in der Kälte. Ach, du hast dein... Hast du gefilmt oder hast du gespielt? Ja, gefilmt. Und wo hast du gefilmt? Darf man das sagen? Ja, wir waren draußen im Park und im Wald und im Wasser. Wir, deine Entourage. Ja, Turtle. Meine Posse. Ja, und das ist halt, also die Kamera halt so zu stützen, wenn es halt draußen kalt ist und du verspannt bist. Er ballt seine Fäuste und hebt seinen Arm, als ob er eine Gatling-Gun hält. Alles anzufassen, also Holz- und Metallgriffe sind halt super geil, aber nicht bei null Grad und leichtem Nieselregen. Nicht dran lecken. Oh mein Gott, das ist faszinierend. Also du kannst halt aber hier nichts mehr anfassen, ich kann halt dann nicht mehr die Feinmotorik, die Schrauben festzuziehen. Ja, ist ja schön, wenn man dann in dieser Temperatur dann halt die ganze Zeit die Muskeln anspannt. Ja, genau. Und dann halt danach merkt diese Verhärtung, die dann durch die Kälte auch nochmal... Ja, und dazu halt noch die Tasche auf der Schulter tragen, das hat halt alles. Ja, also ich könnte jetzt auch so eine Katze als Physiotherapeuten gebrauchen, was ja auch Katzen tun, Katzen helfen ja gegen Knochenbrüche. Ah, das hast du mir erzählt. Das Schnurren ist so eine Frequenz, die sorgt dafür, dass der Knochen schneller zusammenwächst. Und man hat ja auch oft so Mikrobrüche, was ja eigentlich gut ist. Aber meinst du damit, dass die die feine Vibration das macht, oder ist es halt der... Das ist die feine Vibration, soweit ich weiß. Du hast es ja schon mal erzählt, aber ich habe es schon wieder gelöscht. Ja, ich meine Katzen haben ja sowieso so einen Sinn dafür, wenn es einem schlecht geht und legen sich dann... Ja gut, da haben ja Hunde auch, die erschnüffeln ja auch Krankheiten. Ja, genau. Und dann hast du halt so eine Katze, die sich wie so ein Vibrationsmotor auf dich legt. Ja. Also eigentlich musst du ja auch nur dich so hinlegen, dass die verspannte Stelle, die du für die Physiotherapie zeigen willst, offengelegt ist und der Katze das Gefühl geben, sie darf sich da jetzt nicht drauflegen. Und schon hast du eine Katze da. Ich würde jetzt gerne bitte nicht, dass sie auf meiner Schuhe... Ah, okay. Ja. Na, weil ich... Naja, ich meine so... Weiß nicht, hast du schon oft... Hast du schon mal Physiotherapie gehabt? Ich hatte noch... Ich war mal beim... Wie heißt das? Chirumpraktiker. Ja, der muss ja leider die Dinger verschreiben. Ich würde ja am liebsten... Also der Hausarzt kann ja auch. Ja. Und der Chirumpraktiker kann ja mehr. So, aber bei mir ist die Tante immer die halt... Ich habe auch sogenannte Quaddelspritzen gekriegt. Weiß nicht, ob du das kennst. Nee, also du hast es mir erzählt. Ach so, habe ich erzählt. Erzähl es mal unseren Zuschauern. Das sind halt... Du kriegst dann halt sehr viele kleine Spritzen hintereinander. Also in die ganze Region, wo der Schmerz in den Muskelbereichen sitzt. Und nennt sich so, weil das halt sehr dicht direkt hinter der Haut gespritzt wird. Somit entstehen kleine Quaddel. Also ich denke mal, dass es einen Fachbegriff gibt, den die Ärztin da selber vergessen hat. Aber naja, es wirkte halt so... Sehr, sehr vertrauenerweckend. Nee, weil ich gefragt habe, Quaddelspritzen? Und mein Ja sieht aus wie Quaddel. Da dachte ich so... Nee, das haben sie jetzt im Studium so gelernt. Wenn ich jetzt den Doc anrufe und sage, ja klar, Quaddelspritzen. Gibt auch noch... Quaddelstrippen. Ja. Naja, und dann fühlt es sich so an, als ob permanent so leider keine Mücke, sondern eher schon so ein Wespentier immer... Ja, weil es halt einfach direkt in die Verspannte... Ich denke mal, wenn ich da entspannter wäre, wäre es ein bisschen angenehmer. Ja, und das war zum Beispiel, das habe ich gemerkt. Dann hast du sofort das Gefühl, dass es scheiße heiß dort und ein bisschen taub auch, die Region. Und du lässt dann halt langsam los. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, das bringt was. Aber das dachte ich, Kokolores. Weswegen habe ich das gesagt? Naja, und dann habe ich gesagt, ich will gerne Physiotherapie. Nein, ich will da hart, bla bla. Und es gibt ja verschiedene Formen von Physiotherapie. Und zum Beispiel halt, also man hat ja immer dieses Gefühl vom Legen. Da muss Druck und Knack. Das ist ja immer dieses Psychologische, wenn du das Gefühl hast von Knack, dass eine Lösung auch in dir... Ja, das war auch mein Chiropraktiker. Der hat mich einfach quasi in den Mangel gedreht, aber das war halt genau das, was ich brauchte. Also da hat ein Nerv eingeklemmt und der war dann halt wieder frei. Und das habe ich halt auch die ganze Zeit, dieses Gefühl, dass irgendwie meine Halswirbelsäule so ein Scheiß ist. Und habe schon, als sie meinen Hals... Also hat sie irgendwie so mein Radius so abgetastet, wie weit es geht. Und da hat sie meinen Kopf schon so eingespannt in ihren Armen, wo ich dachte, ja, ja. Und hat meinen Kopf schon gegen ihren Oberkörper gedrückt. Das ist so, komm, dreh, reiß rum. Und dann, ja, 17, 14, 20, hier ist alt. Ne, hier sollten wir nichts machen. Und da ist, oh. Also ich habe schon bei wesentlich lächerlichen Bereichen an Verspannung irgendwie sofort Physio gekriegt. Deswegen war ich so verärgert. Und da habe ich dann halt gedacht, bei den Videos, die du immer reingezogen hast und so, ah, so eine Katze, weil die ja halt auch dann halt nicht diesen Mörderdruck hat, allein ihr Gewicht. Aber dann halt diese Konzentration und dann, glaube ich, auch diese Wärme, wenn dir vorstellt, so auf dem nackten, verspannten Rücken liegt dann halt so ein warmes... Also ein Helsknäuel. Ja, und so eine warme, vibrierende Katze. Finde ich schon ganz gut. Kriegst du für eine Gewicht, wenn dich irgendwie falsch regst. Ja, gut. Es ist ja auch, oft fehlst du ja wirklich an der Durchblutung, also das, was mit den Quattelspritzen ja auch wahrscheinlich erreicht werden soll. Aber ich meine... Und da sind so ein paar Krallen, die so ganz so ein bisschen in die Haut fahren, wie es beim Milchtreten ja passiert. Ja, da haben wir ja unsere geile Shiatsu-Matte, unsere Nadelmatte, wo ich mich dann, wenn, dann draufschmeiße und das die ersten 30 Sekunden schon ein bisschen anstrengend sind. Aber dann, also bei mir ist ja so, dass ich dann wegpenne, du sagst ja, es geht leider bei dir nicht so. Ja, also ich stehe halt gerne lieber mit den Füßen drauf, das ist das, was ich... Also wenn du in der Schulter Verspannung hast... Besser abkannend, ja. Bringt bestimmt auch was, weil man sagt ja immer Fußsohle, da hast du die ganzen, also Fußreflexummassage, dass du da die ganzen, ich glaube, die Gedärme deines Körpers erreicht. Reichen kannst, ich weiß nicht, ob du da auch Muskelregionen, andere mit erreichen kannst. Naja, aber generell muss man auch dazu sagen, wir sind schon beide mit Katzen groß geworden, sind schon so eine Katzentypen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dem Thema vielleicht total abgenächt werden, so, würdest du einen Hund küssen oder sowas, ist jetzt ein Thema, wo du denkst. Ja, also Hund ist auch ein schlechter Massagetherapeut, wenn ich mir das vorstelle. Du bist so aufgeregt und... Ja, meist ja halt auch leider schon mit so einer komischen Krallen behaftet, die nicht großartig sich einfahren lassen. Und da hast du halt meist auch so eine sehr raue Tatzen und die Katzentatzen ist das ein bisschen weicher. Ja, so samtig vielleicht noch so mit Schneeschuhen, also wenn die Katzen noch Fell haben zwischen dem Leder. Naja, Leder, manchmal ist es ja auch echt, also so feiche, rosa Patschen, wo du mir auffassen musst, dass da nicht reinbeißen. Aber da Blake und Smillo haben ja beide... Smillo! Die haben ja beide richtig, richtig Pelz da unter dem Pfoten. Ja. Also ideal für eine Wohnungskatze, die einfach so auf ihrem eigenen Teppich läuft. Das waren Mitbewohner von Klaus, die hier gewohnt haben. Ja, die waren zur Untermiete hier. Das war, nee, unterschiedlich. Eine war eine türkische... Angora und der andere sah so ein bisschen aus wie eine norwegische Waldkatze. Ja, und die türkische Angora war von Züchtung bedingt irgendwie taub, oder was ist das? Nee, nein, die sind von Natur aus taub. Also die sind gar nicht so gezüchtet, die türkischen Angora und türkischen Waren, aber weiße Katzen sind halt häufiger taub. What? Ja. Vor allem die mit zweifarbigen Augen. Ah, die waren auch zweifarbig? Ja. Eine Husky-Katze. Genau, also da ist es dann wohl... Aber tatsächlich bei Menschen auch. Menschen mit zweifarbigen Augen neigen zur Schwerhörigkeit. Hä? Ich hab Currywurst gelb und... Wie mein Du ist Currywurst? Ja, ähm... Nee, also das ist ja auch mit den Krallen, das finde ich ja... Bei Milchtreten ist ja ganz schön, Katzen verlieren ja häufig so ein bisschen die Kontrolle darüber. Es fängt ja dann meistens so sanft an. Es fängt dann mit so einer leichten Massage an, dann irgendwann verlieren sie... Ob dieser... Der hypnotischen Wirkung des Milchtretens auf sich selbst, die Kontrolle darüber, wie weit sie die Krallen ausfahren. Und so an Anfang hast du halt nur die Samtpfoten, dann irgendwann hast du halt einfach nur Krallen, die sich zentimetertief in deinen Körper schlagen. Also du hattest dann auch schon mal so ein paar Physio-Einheiten. Ja, ja, ja. Mehr Smillo oder mehr Blake? Ja, das sind so beide in relativ gleichem Maße. Auch Sir Thomas noch. Ah, stimmt. Er war ja, also auch, wenn er hier immer so schlank war, früher war er ja so ein Wonne-Proppen. Ja, der Kater, mit dem Klaus groß geworden ist. Oh, Thomas. Er hat ihm die wichtigsten Dinge erklärt. Ja. Zebra-Sprache und sowas. Ja, das war auch gut. Er hat auch immer darauf geachtet, dass man nicht zu viel schläft. Man schläft ja oft zu viel in der modernen Gesellschaft. Ja, vier Stunden sind echt ausreichend. Nee, ja, ja. Vor allem in kleinen Paketen. Es ist wichtig, dass man nachts mehrfach wach wird. Ah! Oh Gott. Klaus, ich hatte einen ganz miesen Traum. Kannst du mir was zu essen geben, Alter? Wie oft hast du ihn immer gefüttert? Nachts so zwei, dreimal. Wie, du hast ihn nachts zwei, dreimal gefüttert? Ja, das war halt... Weil der Katze füttert immer am Tag zweimal. Ja, ja, aber weil er blind war, hat er nicht verstanden, wenn das Essen nicht mehr riecht, ist es nicht mehr da. Das musst du also frisch aus der Dose... Okay, aber als du ihn noch gut ging, da hast du ihn ganz normal. Ja, zweimal am Tag, ja. Okay. Den Rest hat er schon irgendwie in der Wohnung gefunden. Ja, Katzen, was ich ein bisschen gruselig will, Katzenfell soll ja bei Rheuma auch irgendwas bringen. Da gibt es ja immer diese... Essen, oder? Nee, halt auf die, auf die Sperzen der Stelle, weil das halt eine unheimliche Wärme... Aha. Das ist, glaube ich, noch so ein Oma-Ding. Also es gab dann so gute Geschichten von wegen, ja, hier, Helga Paschulke, die hat noch ein Katzenfell. Äh, was, wirklich, sowas gibt es noch? So. Und das waren dann immer so... Ja, okay. Dann den Nacken und... Oh, ja. Und ich dachte, ja, aber so eine richtige Katze im Nacken ist viel schöner. Gut, da muss man natürlich aufpassen, ist jetzt nicht wie eine Bettwurst, kann man nicht einfach so einen Kopf drauflegen. Ja. Also je nachdem, manchmal sind die Katzen ja tiefenentspannt und sagen, ja, dann schiebe ich mal eine Gedärme vorne, hinten raus und dann kannst du halt den Kopf drauflegen. Scheiß drauf, so. Beziehungsweise, was ich immer krass finde, wenn du so siehst, so Videos, wie dann halt Babys halt pennen und daneben halt eine junge Katze, die ja auch irgendwie eine sehr... Sofort so ein Gefühl für Kleinkinder oder Babys hat und dann das Baby da halt in die Katze sich reinkreilt und Gesicht so reinschlägt und die Katze denkt, ja gut, ist jetzt noch ein kleines Kind. Wenn es größer werden würde, würde ich ja voll semmeln, aber so, also so was aushalten. Ich denke, wow, okay. Ja, was kann man denn noch... So Liebesbisse ist ja auch was, was dir durch Blutung anregt, wo Katzen ja auch gerne mal zu neigen, also ein bisschen an einem rumknabbern. Wenn die Katze die entsprechenden Zähne hat, ist es ja auch alles easy. Gibt natürlich Katzen, die eher so ein Raubtiergebiss haben, da ist auch der kleinste Biss schmerzhaft. Ja, Moritz ist ein Kater, mit dem ich unter anderem groß geworden bin und der war... Ja, bevor der kastriert war, war der natürlich ein bisschen fickerig und da war ich dann total irritiert, weil ich das nicht kannte und wenn der dann halt auf meinen... Ich saß oder lag irgendwo und dann auf meinen Armen, Unterarm stieg und mir in den Handrücken biss und ich dachte, was hat der denn jetzt? Und dann plötzlich der am Schubbern war, lass mal, lass mal. Und der, Alter, lass mich jetzt mal. Und dann nix so, okay, ich will jetzt nicht benutzt werden. Ja, das war ein bisschen unangenehm. Unangenehm. Kann man das eigentlich zur Strafanzeige bringen? Ist das irgendwie sexuelle Belästigung oder schon Nötigung? Ich glaube, es ist verjährt inzwischen. Ach, scheiße. So was verjährt? Oder im Zweifelsfall kriegst du noch eine Anzeige, weil du gegen den Tierschutz verstoßen hast. Apropos, ich habe irgendwie gehört, dass, wer ist das nochmal? Kevin Spacey, so ein gruseliges Video in seiner Figur als Underwood halt irgendwie... Ja, ich habe von dem Video nur gehört. Ich habe es nicht gesehen. Ich dachte, hm. Aber was ist denn da los? Ja, es war irgendwie so eine halbherzige Entschuldigung für... Aber wieso denn als diese exzentrische Figur? Ja, ich weiß, er hat... Ja, also, da ging, glaube ich, einiges einfach schief und... Alter, finde ich, ey. Ja. Jetzt sind, glaube ich, wieder freie Plätze in der Masterclass, oder? Ja. Ich habe auch lange nicht mehr das Video... Es gab auch immer so einen Videokurs von Kevin Spacey, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Von Peter Serafinovich. Gibt es einen guten Sketch, wo er Kevin Spacey nachmacht in der Masterclass? Peter Serafinovich. Spielt unter anderem bei Shaun of the Dead mit, den Mitbewohner. Spielt bei Guardians of the Galaxy, einen Soldaten des Nova Corps. Spielt The Tick. Ah, ja, okay, okay. Peter Serafinovich ist so jemand, den man... Einer von den Schauspielern, wo man denkt, der Typ, ich kenne den doch aus tausend Sachen. Ja. Ich dachte, du erzählst jetzt irgendwas zu dem Sketch. Was war denn der Sketch? Achso, ja, ja. Er hat einfach eine supergute Kevin Spacey-Imitation. Okay. Also, er sieht halt null so aus, auch mit Make-up nicht, aber er klingt genau wie Kevin Spacey, wenn man das anmacht. Ja, denkt man schon mal, hat diese Kevin Spacey-Assoziation sofort von... Naja, irgendwie jemand, der auch... Auch bevor das rauskam, war Kevin Spacey ja immer so ein irgendwie unangenehmer Typ. Ja. Also, die Rolle passt halt einfach supergut, dass das Ding Underwood, das hat halt supergut funktioniert. Aber jetzt mal vielleicht zur Frage zurück. Ja. Es geht ja dann schon direkt um die Physiotherapie. Also, meine Idee war auch, dass die Katzen halt instinktiv besser als ein unausgebildeter Mensch mit einer Muskelverspannung halt irgendwie klarkommen, weil sie halt dann schon spüren, wo halt dann vielleicht Verhärtungen sind, wie man die lösen könnte. Und, ja, und sie können dich auch mal so schön zur Ruhe zwingen. Also, manchmal hat man ja auch so einen Stress, der halt ja auch die Verspannung so fördert. Und wenn du dann halt... Also, ich kann mich erinnern, wenn halt irgendwie so eine Nervosität, so eine unangenehme Nervosität hochkam wegen irgendeinem scheiß Thema und sich dann einfach die Katze dann auf den Schoß setzt oder wenn du liegst, dann auf deinen Brust liegt, dass du dann irgendwie denkst, es ist eine schwere, aber es ist halt schon so, dass du denkst, okay, lass das mal zu. Ja, ich dachte auch daran, Katzen sind ja auch Meister der Selbstverdrehung. Also, du kannst ja die Katze dann quasi auch, als wenn du jetzt mal eine aktivere Physiotherapie nimmst, irgendwie halt so ein bisschen Yoga und so ein bisschen Dehnung und so verschreibt, kannst du die Katze ja quasi als deinen Instructor durchgehen lassen. Das heißt, sie zeigt ja einfach allein die Tatsache, wie sie sich immer hinsetzen, ein Bein hoch und dann mal schön den Schritt ausschlecken. Ja, genau. Einfach mal Strecken irgendwie hintern in die Höhe und die... Ja, das sind ja schon Yoga... Arm nach vorne, fortgeschrittene Yoga-Posen, ja. Ja, voll. Einfach auch richtig, richtig gähnen, ohne eine Hand vor den Mund zu halten, einfach den kompletten Raubtiermund zeigen. Ja, obwohl danach, das war auch immer so ein leichter Todesatem, den ich dann bekommen habe. Ja gut, ich meine, wir ernähren uns bald auch nur noch von Orlando Trockenfutter. So, dann können wir dann nicht mehr lästern. Bei was steht Gold? Ich weiß es nicht. Neulich mal irgendwie reingeschaut und dachte, besser nicht. Was heißt neulich? Hätten wir mal bei 6.000 verkauft. Das ist so krass, dass wir uns darüber lustig gemacht haben. Und als es dann das auch noch verschwand, war es so... Hodl, sage ich nur. Hodl. Ich sage mal so. Also, Bitcoin gerade bei... Was glaubst du? 2,9. Ne, schon ein bisschen mehr. 3. Uh, Baby. War das mal bei 2,9? Ja, Daddy braucht ein neues Paar Schuhe. Wer hat Bitcoin Cash von uns? Nein, nein, Daddy braucht wirklich ein neues Paar Schuhe. Ich hab Bitcoin Cash. Bei wie viel ist Bitcoin Cash? 500. 500 Euro? Ja. Hast du viel Bitcoin Cash? Ne. Bitcoin Cash steht gerade bei 98 Euro. Ja, weiter im Text. Das war mal bei 1.000, glaube ich. Echt? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja, sag es Bitcoin Gold. Oder Ether. Was glaubst du, was Bitcoin Gold gerade hat? Deine Reaktion zur Folge 8.000 Euro. Wir haben doch beide Gold. Das wäre ja gut für uns. Okay. War das eine positive Reaktion? 12 Euro. Das sind 8,49 Euro. Was hast du gekauft? 150 Euro? Ach du! 70? 75. Ja gut, das war auch die Zeit, wo wir es hatten. Ja, jetzt fehlt es uns ja zum Glück. Aber Ether war ja mal ganz gut, ne? 200. Aber 2 ist dabei. Es ist nur 92 Euro. Was ist denn eigentlich, was ist das? Ja, cool. Du hast bei 630 gekauft übrigens, falls du dich fragst, wo du dein Ether gekauft hast. Wieso weißt du denn das noch? Ja, ja, das hat sich alles in meinen Kopf gebrannt. Alter, alter. Ja, äh, ja. Wir hätten es versaufen können, ne? Das wäre, das wäre besser gewesen. Elli. Ja, ja, ja. Also wenn du jetzt nur sagst, wenn der Dogma kommt oder Fußball ein bisschen ausreizen oder sowas, das kann man ja über das ganze Jahr ziehen. Dann hättest du gesagt von wegen... Das wären 20 Euro pro Woche ungefähr. Ich hatte, glaube ich, 1,3 insgesamt, oder? Ja, ein bisschen mehr, aber ist auch egal. Es steigt ja auch wieder. Naja, das Gute wäre ja, wenn dieses Jahr so ein brutal gutes Jahr für uns wäre und wir das als Verluste angeben könnten. Können wir nicht mehr. Warum? Das muss das innerhalb eines Jahres... Ach, komm schon! Wer macht denn diese Gesetze? Dafür sind ja auch die Gewinne, die wir daraus schließlich ziehen, werden steuerfrei. Weil wir es jetzt schon über ein Jahr haben. Also, wenn die Million kommt und die kommt, der Bitcoin geht zu 100 Prozent, habe ich gelesen, auf 200.000. Das ist jetzt nur ein kleines Zwischentief. Da werden wir drüber lachen, Dirk. Also, es würde mich nicht wundern, wenn der Bitcoin selber auch nochmal in den Hunderter-Bereich runterfällt, oder? Ja, und dann werden wir drüber lachen, wenn er bei 200.000 ist. Drüber lachen! Dass ich niemals lerne, wenn ich mit dir irgendwelche... Du, das war unabhängig von mir. 127 Euro hat er mir damals für irgendwelche Fußballwetten gekostet. Das war ein todsicheres Ding, das wir nur verloren haben wegen Roberto Hilbert. Da haben wir irgendwie Deutschland in der WM nicht nur auf Sieg gesetzt, da hätte ich ja locker was gewonnen, sondern halt so eine bizarre Wette. Da hätten wir nichts, das hätte sich gar nicht gelohnt. Bis zur Pause mehr als sieben Tore unterschied und sowas. Das war gegen San Marino und dem Hinspiel zufolge war das eine absolut sichere Wette. Das war nur, weil Joachim Löw Roberto Hilbert aufgestellt hat. Diesen absolut inkompetenten Stuttgarter Flügelstürmer. 11-Tore-Unterschied hast du mich reingequatscht. Das Hinspiel waren 12-0 und das Rückspiel fand auf deutschem Boden statt. Was redest du denn? Alter Finne. Und da habe ich gedacht, nie wieder, nie wieder wette ich irgendwie generell mit Klaus. Du wirst mir noch danken, wenn der Bitcoin bei 200.000 steht und wir gemachte Männer sind. Was bedeutet das, gemachte Männer? Haben wir denn immer unter unserem Mantel eine Katze, die uns werbt? Ist man dann ein gemachter Mann? Wie sieht es eigentlich aus mit deinen Aktien? Das ist doch eine ruhige Sache, oder? Ja, wenn Trump kein Idiot wäre, ja. Hast du mir nicht damals gesagt? Das lief auch eine Zeit lang richtig gut. Und dann hat Trump wieder irgendeinen absoluten Blödsinn mit China angezettelt. Das ist alles abgestürzt, die ganze Tech-Industrie. Und das liegt halt an irgendwelchen China-Strafzöllen, weil Trump halt so einen kleinen Pimmel hat, dass er das an der ganzen Welt auslassen muss. Und das ist tatsächlich so, dass der Aktienmarkt irgendwie zum ersten Mal seit Jahrzehnten so abgestürzt ist. Also generell auch irgendwie, keine Ahnung, so eine großen deutschen Unternehmen, wo du sagst. Ja, das ist alles richtig eingebrochen. Also du bist jetzt auch nicht auf Null, sondern du bist auf Minus da. Ja, aber da muss man drüberstehen, Dirk. Hodel, Hodel, sag ich mal. Was ist denn das Nächste, was man jetzt noch machen könnte, um Geld, was man nicht hat, auszugeben? Achso, auszugeben, ja. Irgendwas, wo du sagst, das ist auch nochmal wahnsinnig dumm, Dirk. Mach da mit. Ich weiß ja sowas wie, ich habe zum Beispiel gehört, dass Korken, der Korken, den man in die Flasche drückt oder rauszieht, der wird immer weniger. Und deswegen könnte man in, was ist das, die Korkeiche oder sowas, könnte man in diese Bäume investieren. Vanille auch, Vanille ist unglaublich teuer geworden. So, jetzt mein Vorschlag. Wir investieren. Wir sind da, nee, wir sind wie immer zu spät dran mit der Scheiße. Wir lassen das jetzt. Wir investieren in Vanille und Kork-Eiche. Und alle unsere Zuhörer auch. Auch. Wenn jeder nur. 500 und das hat man ja. Ich habe ja letztens von Torben gehört, wie, bei deinem Verdienst kannst du zwischendurch ja gar nicht 3000 Euro in Aktien ausgeben. Einfach mal. Das war auch, da war ich dann auch überrascht, weil er hatte recht. Aber mir war es nicht bewusst. Aber jetzt schon. Ja. Wenn wir also, also jeder von euch, die ja gerade mitschreiben, also Timo, wenn du 500 Euro in Vanille und Kork-Eiche bist. Das ist alleine unsere Zuhörer, dazu aufzurufen und zu investieren, ist Preistreiberei. Preistreiberei. Das ist schon fast Insider-Trading, was wir hier betreiben. Nur weil du von Yuki gehört hast, dass Vanille teuer ist. Ja. Vanille, Bourbon-Vanille oder generell irgendwie? Nee, generell Vanille. Ich habe neulich einen Artikel gesehen, Vanille ist teurer als Silber inzwischen. What? Ja. Also Bitcoin-Vanille. Da ist das Geld. Aber Vanille ist das Vanille. Das einzige Gewürz, das mit der Blockchain erstellt wird. Ist Vanille eigentlich ein Strauch, oder? Oder ist das ein Baum? Ein Strauch, oder? Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich meine, brauche man die Pflanze oder reicht die Schote in den kleinen Gläsern, die man für Backen bei... Ich glaube, die Schote reicht. Also wenn ich jetzt heute so eine Großbestellung bei so einem großen Vanillelieferanten und die reine Schote mir schön auf Lager packe, zu meiner Kork-Eiche. Ja. Die Kork-Eiche, was meinst du? Brauchen wir den Baum oder reicht es, wenn wir die Korkplatten haben? Vielleicht kommen wir über Peter an den Baum ran. So. Das heißt, wir könnten mit so leicht krimineller Energie und wenig Verstand und Restgeld uns entweder komplett nach oben katapultieren, so du würdest es dann wieder als gemachter Mann beschreiben, oder wir legen uns direkt hier in so einem murastigen Keller und warten, bis das ganze Haus mit uns sackt. Alles cool auf jeden Fall. Alles cool. Ja, wir können auch, weiß ich nicht, wir müssen in sichere Dinge investieren, wie zum Beispiel Panzer, deutsche Panzer. Pansen. Exportschlager. Deutsche Pansen. Schimpansen. Werden auch immer gebraucht, weil die ab einem gewissen Alter richtig aggressiv werden. Colin O'Brien hat in seinem vorletzten Podcast gesagt, weil er macht ja immer Werbung und das ist ja das Segment, dass er halt seinen Kredit abzahlt für sein Strandhaus, glaube ich, weil er sich ja ein bisschen verkalkuliert hat, also es ist so der Gag aufmacher des Ganzen. Und da hat er gesagt, er würde gerne für eine Firma Werbung machen, die Helme für Affen herstellt. Jetzt nicht irgendwie Affen im Zoo, sonst was, sondern frei, frei klettern Affen, weil die immer so gefährlich in Bäumen sowas und da kann immer was passieren. Und er meinte, wenn so eine Firma sich jetzt bei ihm meldet, die für Schimpansen oder Orang-Uta beispielsweise schöne Helme zum Klettern halt, er findet, die speziell nur für die Affen da sind, dass auch das Öhrchen nicht eingeklemmt ist und sowas, dann würde er kostenlos dafür Werbung machen, weil er das als eine super Idee ansieht. Ja, das ist ganz geil. Das wäre auch wieder, wo wir investieren würden, glaube ich, in Helme für Affen. Und es ist dann nach drei Jahren Wundern, warum das nicht durchgeschossen ist. Ja, das ist, wir müssen, wir brauchen mehr von diesem Start-up-Spirit, dass wir einfach zu Leuten gehen und uns Millionen geben lassen für eine Idee, die nichts bringt. Ja, aber wir würden beim Pitchen ja schon lachen, das ist das Problem. Ich meine, wenn ich diese Sache mit dem Affen erzähle, dann fange ich an zu lachen und du stehst ja hinter und atmest schon wieder schwer und schraubst dann deinen kleinen Flachmann rum. Und das ist so eine Show, dass sie denken, ja, komm, ey, Jungs, hier habt ihr ein Coupon von Sanifair. Einmal 20 Prozent aufs Strullern. Ah, sehr schön. Und dann wird es abgeklimmt. Das waren mit sicher 20 Prozent. Zurück zum Thema. Was meinst du denn, wie so eine gut nicht ausgebildete Physiokatze die Erstaufnahme machen würde? Wenn du dann zu deinem Doktor Physiokatze gehen würdest oder Doktor Physiokater, ich weiß ja nicht, was du bevorzugst. Ich glaube, du musst dich erst mal hinlegen. Das ist die Grundregel. Du legst dich erst mal hin und dann wirst du von der Katze langsam betastet. Bist du angezogen? Oder sagt die Katze dann, zähl sie sich mal aus? Ich glaube, du kannst angezogen bleiben bei einer Katze. Okay. Also du darfst jetzt nichts Dickes anziehen, aber das T-Shirt zum Beispiel dürftest du anhalten. Okay. Je nachdem, wie flauschig es ist, dein T-Shirt. Mhm. Hä? Okay. Ja, so Kunststoff oder sowas nicht. Das muss schon ausziehen. Oder wie Inge immer irgendwie Niki-Stoff getragen hat. Der fühlte sich immer an wie ein Teddybär. Immer diese ganzen, von seiner damaligen Freundin irgendwie die ganzen, er hat ja auch mal bizarste Klamotten getragen beim Sport. Diese geilen. Ja, der Stoff auch echt nicht geeignet für ein bisschen Bewegung, aber gut. Ja, Inge auch nicht. Nein, nein. Schöne Grüße. Grüße. Ich würde schon sagen, einfach hinlegen und ein bisschen. Und taste die Katze dich erstmal ab. Also die Katze meint, sie sagt nichts. Nee. Die fragt nicht von wegen, was haben sie gemacht, wo haben sie das her. Das wäre der Vorteil. Die Katze, jeder wäre gleich, weil wenn du es nicht beschreiben kannst oder nicht darüber reden willst, dass du, keine Ahnung, bei Sex mit alten Holzbohlen im Innenhof abgerutscht bist oder so. Ja. Dann brauchst du ja keine Geschichte, sondern die Katze sagt, komm, leg dich hin, zieh den dicken Pulli aus, ich gehe mal rüber. Ja. Oh ja, sie haben hier eine Verspannung, das ist typisch, wenn man den roten Punkt jagt, das passiert mir auch öfter. Laserpointer, ich hasse sie. Laserpointer, I barely know her. Meinst du, die wird so ein bisschen sich was notieren oder ist das eher so Katze mit ihrem großen, faustgroßen Gehirn? Ja, Katzen merken sich ja auch viel, was so die Besitzer angeht. Ich glaube auch, Katzen hätten erstmal auch so eine Generaltherapie, also die jeder über sich erdulden, über sich ergehen lassen muss. Und meinst du so die Einheiten? Also ich meine, es gibt ja dann immer so, man kriegt vielleicht sechs Einheiten, das ist normale, vor Ort in der Physiotherapie, echt lächerlich, ich glaube 30 Minuten. Ja. So, und wenn dann noch jemand sagt, und wie geht's, bla bla, dann sind schon mal zehn Minuten weg. Und dann, wenn du Glück hast, wirst du halt einmal komplett eingerenkt und ein bisschen gelockert und dann gehst du. Ich glaube auch so 20 Minuten ist so das maximale Aufmerksamkeitspensel, was eine Katze einem Menschen schenken möchte. Ja, das ist eine ganz gute Ehe, eine ganz gute Aufmerksamkeit, wo man selber vielleicht dann echt noch dabei sein könnte. Schwierig wird es, glaube ich, wenn sie in die Bauchnähe geht, dass man dann halt nicht anspannt, sondern loslässt und sie dann so langsam versinkt und merkt, ach komm, ich drücke nochmal die Leber weg, die hat sich ja komplett verlegen bei ihnen. Was ist denn da los? Was ist da denn los? Wie gesagt, auch, dass wenn ein bisschen mehr Druck erforderlich ist, dass die Therapiebank zwischen ein paar Schränken ist, dass die Katze vom Schrank auf dich raufspringen kann. Das finde ich gut. Und die Katze sich selber halt schon die Punkte vorher merkt, um dann halt Laserpointer auf die Punkte auf deinem Körper zu richten und dann da dran rum. Ja, es ist so eine Lasershow wie im Zoopalast vor den Filmen. Dann könnte es sein, dass du danach ein bisschen angeschabt aussiehst. Der Nachteil ist natürlich, dass die Termine oft früh am Morgen sind. Also gerade so morgens um drei, morgens um vier, wenn Katzen ja aktiv sind, dann kommen halt die Hardcore-Patienten, wo die Katze einfach rübergaloppieren muss, um dann noch was zu lösen. Aber das ist ja eigentlich ganz vorteilhaft, weil dann könnten sich normale Physiotherapie-Praxen jetzt die Räumlichkeiten maximal ausnutzen. Weil nachts ist dann halt entweder nur ein Dieb da, der halt diese lächerlichen Laptops daraus zieht. Oder es ist halt eine Katze da, beziehungsweise ein Team von professionellen Physiotherapie-Katzen, die dann halt nachts ihre Dinger ziehen. So und dann Schichtwechsel, weiß nicht, wann die dann normal aufmachen, neun wahrscheinlich. Meinst du, die würden dich auch anleiten? Also meinst du, es gibt auch so Methoden, wo du sagst, mach so das jeden Abend oder kurz vorm Essen oder so? So zum Beispiel Reinigung. Würde die Katze dir irgendwie anleiten und sagen, lecken sie mal öfter ihre Innenschenkel ab oder versuchen sie mal in den Schritt zu kommen, wenn sie da hinkommen oder sowas? Schwierig, ne? Der menschliche Speichel ist ja nicht so reinigend wie der Katzenspeichel. Daher immer ein bisschen tricky solche Aussagen. Und ich glaube nämlich auch, dass Katzen da, Katzen würden da viel zu, also viel schlechte Ratschläge geben, die halt eher an den Katzenkörper orientiert sind. Ja, meine Vermutung ist ja auch, dass die Katze so ein bisschen egoistisch manchmal unterwegs ist, dass sie vielleicht gar nicht immer Bock hätte. Ja. Dass das erstmal alle groß aufziehen und dann kommst du und sagst, äh, 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 die Katze geht an. Ich geh mal kurz ins Wartezimmer. Ja. Und, ähm, das wäre natürlich ganz ehrlich, weil du wüsstest, wenn sie mit dir arbeitet, dann will sie auch wirklich. Und es ist jetzt nicht von wegen, hier 9 to 5, ich muss das machen, sondern, ja. Ja. Meinst du, äh, die würde, die würde dich anleiten? Also. Im Sinne von. Übung für zu Hause. Ach, für zu Hause, ich habe gesagt, weil ich glaube, da gibt sie dir viel Quatsch mit. Also halt so, äh, so typisch, ja, schlafen sie auch ihre 22 Stunden am Tag? Na, aber lass das mal zu. Ja, aber ich glaube, also jeder Mensch, so gut deine Matratze auch sein mag, wenn du 20 Stunden am Tag oder 22 Stunden am Tag schläfst, hast du Rückenschmerzen vom Liegen. Ja. Also seitdem ich halt auf dem, vorher ja auf dem Boden und dann Photon, da kannst du halt auch nicht einfach mal rumgammeln und sagen, ich bleib den Tag im Bett. Weil einfach der Rücken auf dieser Härte dann auch irgendwie sagen, Alter, ausgeruht, perfekt, jetzt aber hoch, jetzt brauche ich Bewegung. Und wenn du das nicht machst und dann einfach, da ist ja nicht von wegen so eine alte, weiche, weiß nicht, Federtaschenkern-Dings oder Kaltschaum oder sowas, sondern das ist halt dann paar Lagen Stoff und Boden. Und dann ist halt aufstehen. Ja. Obwohl eine Katze, glaube ich, denken würde, oh, geil. Ich meine, die findet ja auch irgendwie einfach mal so einen harten Steinboden. Hauptsache, es liegt kurz eine Zeitung mal drunter, aber sowas ist ja dann schon super. Zeitung ist auch mal super. Die wärmen sich so schnell. Das knistert auch. Das vielleicht, was jetzt die Katze dann zu Hause sagt, dich anleiten und sagt von wegen, wenn sie sich zu Hause hinlegen oder einfach hinsetzen und Fernsehen gucken, legen sie auch mal schön eine Frankfurter Allgemeine drunter, ziehen sich komplett nackt aus und setzen sich auf die Frankfurter Allgemeine. Oder halt einfach so Sachen wie, ja, naja, ich sehe, sie sind schon einen Härtefall, also ich verschreibe ihnen jetzt mal ein bisschen Katzengras. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann so durchdrehen würden bei Katzengras. Nee, aber eben, das wird die Katze dann auch, naja. Ja. Vielleicht wird dann halt einfach irgendwie so eine alte Torfpflanze uns verschrieben oder sowas. Mhm. Wo wir das so ein bisschen abdrehen würden. Sie auf den Boden rollen oder so. Also, dass wir auch, alleine dieses Strecken rumrollen, also wenn ich überlege, dass wir teilweise damals sehr bizarre Bewegungseinheiten in der Schauspielschule hatten und da gab es schon teilweise Dinger, die gingen so in Richtung Katze. So dieses Strecken rollen, stütze dich nur mit der Schulter und deinem linken Hüftgelenk auf und versuch da aufzustehen und sowas. Du denkst, ja, weiß ich nicht. Aber wenn man das dauerhaft machen würde, diese, wie heißt das, Movement, glaube ich, eine Movement-Bewegung und Movement, da ist ja dann schon sehr viel Tierisches drin und auch, gibt es ja auch so eine Katzenbewegungsdinger, die halt ja echt brutal trainieren. Habt ihr das damals auch gemacht beim Judo oder sowas, diese Vierfüßlerlauf, so, dass du halt echt nach zehn Minuten denkst, ich bin tot die ganze Zeit nur auf... Das weniger, also so auf Vierfüßen haben wir weniger gemacht. Oder die Entenläufe wahrscheinlich. Ja, Entenlauf haben wir gemacht. Alter, da bist du auch immer... Ja, und halt so eine Art Robben mit Widerstand. Das ist halt jemanden hast, der zwischen deinen Beinen sitzt, also quasi wie wenn dir jemand Coaching bei Sit-Ups gibt. Ja. Und du musst die Hände ans Revere nehmen und die Person hält deine Beine und du musst dich auf den Schulterblättern durch die Halle robben. Ja, ja. Während die andere Person halt an dir festhält und dir ein bisschen Widerstand gibt. Und wenn du diesen warmen, weichen, kuscheligen Judo-Anzug anhast. Ja, und du irgendwann halt verschwitzt bist wie ein Aal. Ja. Bodenkampf! Ja, und du gleitest nur so von den Leuten ab. Es gibt ja sehr viel Hilfsgegenstände bei manchen Physiotherapeuten, die nehmen halt, was ich in letzter Zeit gesehen habe, das glaube ich dir auch schon mal erzählt, diese komischen Hautschaber, die die Faszien so ein bisschen ausziehen sollen, die so ein bisschen aussehen wie ein Teigschaber, bloß dann halt so geschwungen, metallisch weich, also abgerundet. Und dann ziehen die dann halt, weiß ich genau, über ein Quadrizeps oder die ziehen den Latissimus ab oder sowas. Und da gibt es ja dieses Sanfte und dann gibt es halt auch dieses, die direkt nur in die Muskelnbereiche reingehen und ziehen dann halt richtig ab, wo du denkst, oh, wo die ganzen feinen Hautkapillare erstmal wegplatzen. Weiß nicht, ob die Katze dir auch sowas geben würde oder... Da ist die Frage, holst du dann einfach eine größere Katze für solche speziellen Sachen? So, ja, ich sehe schon mit meinen kleinen Samtpfoten komme ich hier nicht weiter. Aber ich habe da einen Jaguar, den ich Ihnen empfehlen könnte. Ein XJ-Bauer 93. Na, ich meine, oder halt so ein, wenn du mal, ich bin ja großer Fan von Big Cat Rescue auf YouTube, die halt Videos mit Großkatzen machen, die haben halt so ein Wildreservat für die. Und da, wenn man halt so sieht, wie die Katzen mit sowas spielen, was aussieht wie ein Physioball, aber das ist so ein 50-Kilo-Ball. Und die hauen das mit einem Prankenhieb einfach mal so mühelos durch die Pampa. Und man denkt so, ja? Also wenn so ein ausgewachsener Tiger vorsichtig mit eingezogenen Krallen über den Rücken läuft, ich glaube, dann ist auch schon entweder alles eingerenkt oder danach halt auch Matsch, oder? Ich meine, was wiegt denn so ein ausgewachsener Tiger? Also ein paar hundert Kilo schon, ne? Ist ja kleiner als ein Löwe. Ich glaube, ein Tiger wird, also so ein klassischer Tiger wird ein bisschen größer als ein Löwe, glaube ich. Dann nehmen wir einen Löwe. Ja. Also, ja. Es ist ja auch entspannt, wenn dir der Löwe einfach so ins Ohr hocht. Ich glaube, genau so hört er sich an. Erschreckend. Ihr glaubt, glaube ich, gerade, das wäre gerade ein Einspieler, weil das halt eins zu eins Löwe war. Ich habe auch schon ein paar Löwen hier vor der Tür, die das gehört haben. Die rutschen gerade die Treppe runter, weil das Haus sich gerade wieder neigt. Ich bin schon bei Frank Thelen eingeladen. Du darfst auch sein Buch lesen. Cool. Wie ich so wurde. Ja. Ja, vielleicht fängt man erst mal mit sowas an wie so ein Puma. So ein Berglöwe. Ja. Sowas. Das ist, glaube ich, schon so eine Gewichtsklasse von, weiß ich nicht, 50 Kilo oder so. Und der könnte ja schon mit vollem Gewicht. Und das Geile ist ja immer, die haben ja alle die Fähigkeit, die Krallen einzuziehen. Das heißt, das ist ganz praktisch, wenn die dann halt mal nicht den Rücken öffnen wollen. Sondern einfach nur mal sagen, die gehe ich mir den Rücken ab. Aber Katzen haben eben auch die Fähigkeit, wenn sie Hunger haben, sofort zuzubeißen. Katzen. Ja. Oder bei Angst. In jeglicher Couleur. Ja. Das stimmt. Schwierige Sache. Aber ich könnte mir eigentlich schon, also müssten manche Sachen ein bisschen konzentrierter, als zum Beispiel halt auch diese Liebesbisse, die du gemeint hast. So, wenn man die jetzt permanent, weißt du, also einmal komplett so, da hast du erstmal eine unheimlich gut durchblutete Oberfläche am Rücken. Danach gehst du halt eine halbe Stunde sanft die ganze Zeit rüber. Der Raum ist halt total heiß, das ist halt alles, löst sich noch ein bisschen und zum Schluss kommt dann halt nochmal, weiß nicht, irgendwie so ein, wie heißt diese Kreuzung? Liga? Uh, ganz schlecht, ja. Aber ja. Ist doch einfach nur so, dass du so ein riesiges Raubtierpferd, ne? Das war doch einfach nur. Ja, das Problem ist, dass halt oft, also das hier nicht promoten, weil die Mutter dabei oft stirbt. Oh, au. Weil die, also Liga kommen halt in der Natur nicht vor, weil Löwen und Tiger sich nie begegnen, geografisch. Können aber genauso wie Pferde und Esel Nachkommen zeugen, die ihrerseits wiederum steril sind. Liga neigen aber oft zu genetischen Krankheiten und weil sie so groß sind, stirbt, hat die Mutter oft bei der Geburt. Und ich glaube, es ist Löwenmännchen und Tigerweibchen. Okay. Da gibt es halt auch bei Big Head Rescue so ein Pärchen, die sollten in einem Privatzoo einen Liga züchten und sie ist eine weiße Tigerdame und er ist Löwe. Und die wurden dann halt, als sie da ankamen, sofort sterilisiert und hängen aber immer noch zusammen rum, weil die halt zusammen groß geworden sind. Ja. Und sie sind halt total das lustige Pärchen. Lustiges Pärchen? Naja, halt so ein bisschen wie The Odd Couple, wenn halt diese weiße Tigerdame und der Löwen Rüde, sagt man auch Rüde, halt zusammenspielen und so ein bisschen durchs Gehege toben. Aber prinzipiell, ja, sind Katzen, glaube ich, schon die besseren Physiotherapeuten, was aber auch oft daran liegt, dass menschliche Physiotherapeuten nicht besonders gut sind. Ich hatte einen echt guten, aber was total einschränkend ist, natürlich einfach die Vorgaben, ne, dass der halt dann immer so eine ganz, ganz kleine, also ich glaube, der Vorteil wäre halt einfach, wenn man ein bisschen Kohle hätte. Also, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich mit genug Kohle noch zu Allgemeinmedizinern gehen würde und mir den Stress mit Chiropraktikern geben würde oder wirklich einfach sage, ich gehe dann halt zum Osteopathen, der dann halt auch Physio drauf hat und so und dann. Ja, oder halt einfach wirklich zum Sportmediziner und was sind halt die Physiotherapeuten, die sonst irgendwie, weiß ich nicht, Hertha BSC betreuen? Ja, genau so ein bisschen. Oder so, also einfach genau die Pros ein bisschen. Ja, Erfahrung. Auch welche, die Bock drauf haben. Also merkst du halt auch welche, die… Ja, ja, ja. Ich meine, aber du halt den ganzen Tag nur alte Patienten kriegst, die. Ja. Ich hatte halt irgendwie, das letzte Mal hatte ich einen, den hatte ich schon vor Jahren mal und das war halt einfach schade, der war halt grundlegend irgendwie sehr frustriert so vom Leben und dann merkst du das halt auch einfach. Und der hat dann auch immer so Sachen gesagt wie, speichere dir das ab, ne? Jeder Sport ist halt Abnutzung und jeder Sport birgt halt Verletzungen vor. Deswegen, egal was du machst, es wird deinen Körper treffen. So, und dann hat er immer gesagt, dass er klettert, Yoga macht und das für Gut finden und sowas. Und dann habe ich ihn dann nur natürlich dann irgendwie ausgeackt, meinte, egal was du machst, es wird dich treffen. Ja, also ich mache es jetzt nicht so exzessiv. Du hast gesagt, jede Art von Sport, egal wie viel man macht. Ja, 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 ja. Naja. Ich wollte jetzt also gerade irgendwie klettern. Es gab so, da war ich letzte Woche klettern, endete eine Strecke mit einem Move, also die war halt generell anspruchsvoll. Ja, und da war halt einer, der hat sie auch gemacht und der hat sich das auch nicht getraut. Er meinte auch, es geht halt nicht, es ist ein scheiß Move, der ist gefährlich, der ist weit und der ist halt oben. Und er meinte auch, es geht halt auf die Gelenke und hat die halt sonst relativ souverän hochgegangen, aber die letzte Bewegung hat er halt nicht gemacht, so ein Zielgriff. Das ist aber auch ätzend war. Aber was wir auch, nicht vergessen dürfen, was wir auch mal gesagt haben, jeder Sport bietet ja auch eine gewisse Abhärtung, wenn es geht. Ja, ja, eben, also gerade für die Gelenke. Ja, das ist immer das, was dann immer so schön ausgeklammert wird. Dass man sagt, naja, aber du drehst den nächsten ja auch den. Naja, aber es war bei meinen anderen, den ich am liebsten habe, da nicht. Der ist ziemlich fit und, ja. Also am schönsten finde ich, wenn es eine Mischung ist. Wenn es halt so ein Anleiten ist für zu Hause, machen wir das und passen wir auch darauf, bla, und dann halt aber auch mal echt schön nur so einen Knack. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Katzen, aber ich glaube, der einzige Nachteil wäre, du müsstest halt jemanden haben, eine Katze haben, die Bock hätte. Wenn die keinen Bock hat, dann hast du halt Schmerzen und die sagt, ja, lass mich schlafen, ey. Aber so gesehen wäre es eine spannende Sache. Und ich finde es auch diese Nacht-Tag-Sache auch ganz cool. Das sind halt irgendwie abends aus der Kneipe, hast du irgendwie Schmerzen im Rücken, gehst halt nochmal in die Nachtschicht, Katzenphysio. Aber kannst du nochmal hinten machen. Kannst du ja auch so als Peeling nehmen, du reibst dich einfach mit einer Mortadella ein und dann wirst du schön mit der Katzenzunge abgeschleckt. Ja, aber da gibt es ja auch manchmal Beispiele, dass Katzen nicht so gründlich sind und du merkst es halt nicht, wenn siehst du ja das Hemd wieder an und hast so links noch komplett Mortadella dranhängen. Ja, stimmt. Die Seite mit dem Katzen-Sabba ist natürlich viel geiler. Aber wenn ihr verspannt seid und euch entspannen wollt, dann hört doch einfach für Nüsse mit Dirk und Klaus auf euren Podcast-Apps oder auf YouTube oder schreibt an fürnüsse at gmail.com Wieso sagst du denn das jetzt? Oder abonniert uns bei Stitcher. Das ist alles, was dir noch einfällt. Was soll ich jetzt sagen? Oder geht auf fürnüssepod.com oder schreibt an fürnüssepod auf Twitter. Oder wie Dirk sagt. Ich habe das so nie gesagt, diese anderen Dinger da. Kalt erwischt. Voll kalt erwischt. Bis denn. Tschüss. Wie koschi. Ja.